A3.3. Geben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass eine Melodie entsteht, bei der viermal dieselbe Taste angeschlagen wird. Wir benutzen jetzt die Erkenntnis aus der Aufgabe Drübert. Hier heißt es jetzt, es soll die Melodie ACDC entstehen. Wenn wir die Aufgabe ein bisschen abwandeln, dass hier nicht ACDC entstehen soll, sondern zum Beispiel viermal die gleiche, CCCC. Vom Aufgabentyp ändert sich jetzt hier überhaupt nichts. Nur der Pfad sieht als farbig gesehen ein bisschen anders aus. Aber wir haben immer noch die Wahrscheinlichkeit, ein Fünftel mal ein Fünftel mal ein Fünftel, dass viermal die Taste C gedrückt wird. Also können wir hier festhalten, viermal die Taste C ist 1,625 die Wahrscheinlichkeit. Allerdings gibt es jetzt nicht nur den Ton C, sondern wir haben ja auch den Ton D, den Ton E, G und A. Das heißt, für den Ton D haben wir auch nochmal ein 625, für den Ton E nochmal ein 625 und für das G und für das A ebenfalls. So, und das rechnen wir zusammen und das sind 5,625. Da hier nichts mit Runden steht, müssen wir auch nichts weiter kürzen oder sowas, äh, mit Kürzen steht, müssen wir auch nichts weiter kürzen und können 5,625 stehen lassen.